Liebe Studierende, willkommen zur fünften Videoübung des Semesters mit dem Thema Schwingkreis. In der Videoübung 1 und 2 haben wir uns schon mit Maschen, mit elektrischen Schallkreisen auseinandergesetzt. Schallkreise, wobei Widerstände und zum Teil auch sogar Kondensatoren vorhanden waren. Aber waren diese Schallkreise mit einer Batteriespannung. Das heißt, wir haben in den ersten Übungen mit Gleichstrom gearbeitet. In dieser vorhandenen Masche handelt es sich um einen elektrischen Schallkreis, wobei eine sogenannte Wechselspannung angeschlossen wird. Dieser Schallkreis besteht aus einem Widerstand R. Der Widerstand ist seriegeschaltet mit einer Parallelschaltung von einem Kondensator mit der Kapazität C und einer Spule mit der Induktivität L. Die Wechselspannung, die angeschlossene Wechselspannung sowie die jeweilige Parameter des Schallkreises sind bekannte des Problems. Wir haben in der Vorlesung gesehen, dass wenn man mit Wechselspannungen oder Wechselströmen arbeitet, soll man eigentlich die Schaltelemente mit dem Konzept der Impedanz beschreiben. Das heißt, man definiert eine Art von komplexem Widerstand, die sogenannte Impedanz, die mit der Schreibweise der komplexen Zahl definiert ist als Realteil der Widerstand selber und Imaginärteil, bekannt als Reaktanz. So dass wir mit Z können wir den Betrag des komplexen Widerstandes bezeichnen. Das wäre allgemein als Betrag der Impedanz bekannt. Und wir haben in der Vorlesung für die jeweiligen Schaltelemente die dazu gehörende Impedanzen berechnet. Und wir haben gesehen, dass bei einem Widerstand die Impedanz besteht aus dem Realteil nur, das heißt, das wäre einfach R. Aber bei einer Spule mit Induktivität L, die Impedanz besteht aus einem Imaginärteil, das heißt, besitzt nur die Reaktanz. Das wäre in dieser komplexen Schreibweise die Frequenz der angeschlossenen Wechselspannung mal die Induktivität selber. Und bei einem komplexen kapazitiven Widerstand, das heißt, bei einem Kondensator, die dazu gehörende Impedanz ist definiert als 1 über i, i wäre eben für komplexe Zahlen im Imaginärteil, mal die Kreisfrequenz, mal eben die Kapazität selber. Wir haben in der Vorlesung auch gesehen, dass mit Hilfe der Impedanz und deswegen auch mit Hilfe der komplexen Schreibweise kann man sozusagen das Ohmsche Gesetz verallgemeinern. Und es entsteht tatsächlich eine allgemeine Beziehung für jegliche Masche für alle Schallkreise zwischen angeschlossener Wechselspannung und resultierendem Wechselstrom. Und diese Beziehung ist eine lineare Beziehung, vermittelt durch die totale Impedanz des Schallkreises selber. Wir wissen auch, dass zwischen angeschlossener Wechselspannung und resultierendem Wechselstrom gibt es eventuell eine Phasenverschiebung und die Phasenverschiebung erfüllt diese Gleichung, nämlich die Tangens der Phasenverschiebung, ist dann gleich im Verhältnis zwischen Reaktanz und Widerstand, nämlich Imaginär und Realteil der Impedanz dieses komplexen Widerstandes. Und wir können jetzt versuchen, anhand von diesen Konzepten unsere Übung, unsere Aufgabe zu lösen. Erstens fragt man eigentlich, wie groß ist der maximale Strom, der eben in diesem Schallkreis fließen kann. Erstens müssen wir die totale Impedanz berechnen. Und ich kann sofort schreiben, wegen der Verallgemeinung der Kirchhoffschen Regel, dass die totale Impedanz ist dann gleich der Summe der Impedanz des Widerstandes hier plus die Impedanz aus dieser parallele Schaltung zwischen Kapazität und Induktivität. Und da hier handelt es sich um eine parallele Schaltung, nochmals wegen der Verallgemeinerung der Kirchhoffschen Regel, kann ich sagen, dass bei einer parallele Schaltung von Impedanzen die Inverse der totalen Impedanz ist die Summe der Inverse der einzelnen Impedanzen. Das heißt, 1 über ZCl ist dann gleich 1 über Impedanz bei der Kapazität C plus 1 über Impedanz bei der Induktivität L. Und dann, was man hat, schlussendlich, ist dann eine Serieschaltung zwischen Impedanz bei einem Widerstand und dann die totale Impedanz aus dieser parallele Schaltung vom Kondensator und Spur. Und nochmals, wegen der Verallgemeinerung der Kirchhoffschen Regel, folgt dann schlussendlich, dass bei einer Serieschaltung die totale Impedanz ist die Summe der einzelnen Impedanzen. Und das können wir jetzt hier explizit schreiben. Das ist dann gleich R plus, und dann kommt 1 über IWC plus 1 über IWL. Und man kann dann diese Formel ein bisschen kompakter schreiben, und zwar, was es resultiert. Ich kann eigentlich hier weitergehen. Dann haben wir dann R, das wäre der Widerstand selber, und dann haben wir, im Imaginärteil, ist dann WL geteilt durch 1 minus W im Quadrat mal L mal C. So haben wir jetzt hier die totale Impedanz berechnet, und die totale Impedanz besteht auch aus einem Realteil und einem Imaginärteil. Und jetzt, wenn wir die totale Impedanz kennen, können wir diese Verallgemeinerung des Ohmschen Gesetzes anwenden. Wir kennen eigentlich die Wechselspannung und können dank dieser Gleichung den resultierenden Wechselstrom berechnen. Das heißt, Wechselstrom ist dann definiert als Wechselspannung geteilt durch die totale Impedanz des Schaltkreises. In der Fragestellung, man fragt dann explizit nach dem maximalen Strom, und das können wir jetzt hier sofort schreiben. I0 ist tatsächlich definiert als Betrag des Wechselstroms, und das ist nicht anders als Betrag von 1 über die totale Impedanz mal U0. Wobei U0 ist die maximale Spannung eben an diesem Schaltkreis. Und wenn wir dies jetzt explizit berechnen, dann erreichen wir eine Formel, die so aussieht. 1 minus W im Quadrat mal E mal C gedeicht durch Wurzel von R im Quadrat und das Ganze multipliziert 1 minus W im Quadrat mal L mal C das Ganze nochmals im Quadrat plus W im Quadrat mal L im Quadrat und das Ganze noch mal U0. Dann haben wir die erste Frage bereits gelöst. Es fällt noch dazu die Berechnung der Phase, der Phasendifferenz zwischen angeschlossener Wechselspannung und resultierendem Wechselstrom. Man löst das Problem wie folgt, also die Tangens der Phasendifferenz ist ein Verhältnis zwischen Imaginärteil und Realteil der totalen Impedanz. Und dazu kann man dann die Arctangens berechnen, um eben die Phasendifferenz direkt zu bestimmen. Aber das überlasse ich Ihnen. Die korrekte Formel finden Sie in der Musterlösung. Interessant ist auch die Frage B des Problems, also der Aufgabe. Man fragt, wie groß ist die Leistung, die im Schwingkreis verbraucht wird? Und man meint hier gemittelt über eine Schwingungsperiode. Jetzt, wir wissen ganz allgemein, dass die sogenannte Momentanleistung P ist definiert als Produkt zwischen Spannung und Strom. Und wir haben diese Aussage auch für Situationen, wo Wechselspannung und Umwechselströme im Spiel sind, erweitert und auch in der Vorlesung diskutiert. Es sei zu betonen, dass in einem solchen Schwingkreis nur bei dem Widerstand R wird Leistung verbraucht, weil wir wissen, dass bei einem Kondensator sowie bei einer Spule gibt es tatsächlich keine Leistung. Bei einem Schwingkreis, das heißt bei einem elektrischen Schallkreis, wo eine Wechselspannung angeschlossen wird, dann ist die sogenannte mittlere Leistung gegeben durch den Mittelwert von R als Widerstand mal Wechselstrom im Quadrat. Und wenn wir als Mittelwert, verstehen wir Mittelwert der Leistung über eine Schwingungsperiode, haben wir in der Vorlesung gesehen, das ist dann gleich dem Produkt zwischen Widerstand R und dann maximal der Strom I0 im Quadrat geteilt durch 2. Das heißt, ich beziehe mich auf die Überlegungen, die wir im Zusammenhang mit der Figur 29 des vierten Kapitels entwickelt haben. Aber I0 haben wir vorher in der Frage A der Aufgabe, so wenn wir jetzt diese Formel quadrieren, mal R multiplizieren und durch 2 dividieren, haben wir dann die sogenannte gemittelte Leistung, gemittelte über eine Schwingungsperiode, verbraucht in diesem Schwingkreis, das heißt bei dem Widerstand R. In der Aufgabe C wird gefragt, für welche Kreisfrequenz ist diese Leistung minimal. Diese Leistung besitzt dann einen Faktor sozusagen, wobei bei diesem Faktor sieht man einen Term 1 minus die Frequenz in Quadrat mal E mal C, das Ganze im Quadrat. Und selbstverständlich, die Leistung ist somit minimal, wenn bei diesem Faktor hier im Quadrat, das heißt bei diesem Verhältnis, der Zähler tatsächlich gleich 0 ist. So die minimale Leistung, oder besser gesagt die Frequenz, für welche die minimale Leistung möglich ist, soll dann folgende Gleichung erfüllen, nämlich 1 minus W im Quadrat mal L mal C im Quadrat, muss gleich 0 gesetzt werden. Und wir können dann diese Gleichung nach W lösen. und wir finden, dass die gesuchte Frequenz, damit die minimale Leistung überhaupt möglich ist, das heißt, sodass in diesem Faktor im Quadrat der Zähler gleich 0 ist, ist dann gleich 1 über Wurzel von L mal C. Selbstverständlich, in dieser Rechnung kriegen wir zwei mögliche Frequenzen mit Plus und Minus Vorzeichen, wobei physikalisch nur die positive Lösung sinnvoll ist. Diese Aufgabe hat uns eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, um uns mit dem Konzept der Impedanzen auseinanderzusetzen. Das heißt, wir konnten in dieser Übung die komplexe Schreiweise benutzen, wenn man mit Schallkreisen zu tun hat, wobei Wechselspannungen angeschlossen sind. Man musste sich um die Definition der Impedanzen, in diese sogenannten komplexen Schreiweisen, für die jeweiligen Schaltelemente des elektrischen Schallkreises erinnern und dann auch sich erinnern, dass im Zusammenhang mit dieser komplexen Schreiweise lässt sich das Ohmsche Gesetz einerseits und die Aussage der Kirchhoffschen Regeln verallgemeinern. Und aus dieser Verallgemeinung, mit Hilfe der komplexen Schreiweise, konnte man dann relativ zügig die gefragte Größe erreichen. Ich freue mich auf die nächsten Videoübungen mit Ihnen.